Warum sollten Studierende sich an der Gremienarbeit beteiligen, also entweder sich ausstellen lassen oder wählen gehen? Ohne die Gremienarbeit würde hier auf dem Campus noch weniger los sein, als es sowieso schon ist. Ohne die Fachschaftsräte hätten wir keine Veranstaltung. Ihr hättet sowas wie Sofa-Café oder Asta-Café. Ihr bekommt keine Erstsemester-Karte. Nein, warte, Freikarte heißt das, ne? Ihr bekommt keine Freikarte, wo ihr kostenlos ins Theater gehen könnt. Veranstaltungen wie OE-Woche würde von anderen Personen veranstaltet werden und nicht von Studenten, die das selbst erlebt haben. Und ich glaube, generell Gremienarbeit bringt mehr Spaß auf dem Campus. Veranstaltungen wie OE-Woche oder Asta-Café oder Asta-Café oder Asta-Café oder Asta-Café. Veranstaltungen wie OE-Woche oder Asta-Café 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 oder